Wir wollen zu dem Haus, wir wollen, dass Sie zurückgehen und dass Sie den Leuten hier die Möglichkeit geben, zu dem Haus von Rosenmarie-Plies zu gehen. Lassen Sie das mal bleiben. Wir wollen darunter gehen, zu dem Haus. Wir können mich einfach in Ruhe, lauer, nass und hoher in die Ruhe. Mann! Nein, los! Nein, auf hier ab! Es ist zum Tod, und hier noch kapitalgesellschaften. Wie ist das denn? Sie promozieren! Jede Uniform ist eine Propotation. Wir wollen zu dem Bodenhaus von Rosemarie Vlies, um eine Mahnwache zu machen. Und wir wollen nicht hier vor den Gisern stehen. Machen Sie die Straße frei.